Hallo BFC-Fans, ich hoffe euch und eure Familien geht es allen gut, alle sind gesund. Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns alle. So eine Phase müssen wir natürlich alle zusammenhalten. Dass es geht, habt ihr mit euren zahlreichen Spenden und Ticketkäufen bewiesen. Das ist wirklich Weltklasse, was da geleistet wurde. Dafür möchte ich mich persönlich bedanken. Ich hoffe natürlich, dass die Saison bald wieder losgeht und wir uns auf dem Platz wiedersehen. Dankeschön.